Airbus hat richtige Probleme. Korruptionsverwürfe, Unterschlagung, Betrug, alle diese Dinge stehen auf einmal im Raum. Welche Harden kann das kosten? Wollen Sie mehr darüber wissen? Schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Artikel dazu. Hallo, ich bin der Anwalt Jochen Resch. Als ich es gelesen habe, konnte ich es kaum glauben. Was sich da bei Airbus zusammenbaut, ist ungehörlich. Betrug wird vorgeworfen, Korruption wird vorgeworfen, Veruntreuen wird vorgeworfen. In verschiedenen Ländern laufen Ermittlungsverfahren. In Amerika, in Österreich, in Frankreich, in England. Also es baut sich da etwas auf, was eigentlich kaum vorstellbar war. Es steht sogar bei Fürchten, dass ein Absturz von Airbus nicht ausgeschlossen werden kann. Wer trägt den Schaden? Wer hat den Schaden? Das werden wir sehen. Wenn Sie dazu mehr wissen möchten, können Sie mich gerne anrufen. Unsere Berliner Telefonnummer 030 885 977 0 oder werden Sie das Kontaktformular aus. Danke sehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017